... und das hat nicht geklammelt. Guck mal, der Lotham hat gerade wieder Aufnahmen und umfeldern. Guck mal da rein, mit vollem Mundsprichwort. Ich habe jetzt wieder ein Stativ mitgebracht für alle, die sich jetzt schon mal seelisch war vorbereitet sind. Ich stelle mich schon mal im Halbkreis auf. Du kannst mich schon mal im Halbkreis aufstehen. Mach das. Ja eben, das war so gelappelt. Ja, es war so. Ich habe es, 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 ich habe es. Ja, das kann ja alles sein. Da schwimmt ja jemand, aber wir fahren doch vorwärts. Achso, wir fahren doch vorwärts. Lotto und ich fahren vorwärts. Ja, ich spüße mir den Gang schon. Bisschen. Du musst nicht schieben. Du bist zu stark für mich. Der hat das Buffet eröffnet. Ich dachte, du wolltest dich vor das Buffet. Der Lothar drängelt sich immer vor das Buffet. Du musst nicht schieben. 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 Du musst nicht schieben.